15 Punkte in Kunst in der Oberstufe, so geht's. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und das hier ist definitiv das Video, zu dem ich am unqualifiziertesten bin, darüber zu sprechen. Denn wenn ich in einem Fach richtig schlecht war, dann war es Kunst. Warum? Ich kann einfach nicht zeichnen, okay? Ich kann einfach nicht zeichnen. Aber, warum ich dieses Video trotzdem drehe, hat zwei entscheidende Gründe. Erstens, ihr habt es euch sehr oft gewünscht und vor allem werde ich heute nicht zwangsläufig wirklich darauf eingehen, wie du besser zeichnest, weil daran habe ich wirklich keine Expertise. Aber, obwohl ich wirklich nicht zeichnen kann und meine Mitschüler hassen, die haben mich dafür gehasst, habe ich zum Beispiel trotzdem auf einige Bilder wirklich 10 Punkte bekommen. Wo andere, die wirklich, muss ich auch ehrlich sagen, wesentlich besser gezeichnet haben, dann nur 7 oder 8 Punkte bekommen haben. Einfach, weil ich es geschafft habe, mein Bild bei der Übergabe zum Lehrer, ihr das auch im Prinzip sehr gut zu erklären, warum ich das so gewählt habe. Und vor allem auch, ich habe in der Mitarbeit wirklich durchgehend 13, 14, 15 Punkte bekommen. Obwohl ich mich selbst für Kunst gar nicht so sehr interessiert habe. Das heißt, in diesem Video geht es nicht zwangsläufig darum, wie du ein besserer Maler wirst. Da schaust du dir einfach Tutorials auf YouTube an. Worum es hier geht, ist, wie du wirklich aus deinen Zeichnungen, auch wenn die nicht so gut sind, die Bestmilchnote rausholst. Und vor allem auch, wie du in der Mitarbeit in Kunst auf die 15 Punkte kommst. Vorneweg, mein einziger Tipp, den ich jetzt trotzdem zum Zeichnen geben werde. Und zwar erstens, üben, üben, üben. Wenn wir das mal ganz ehrlich analysieren, dann gibt es diejenigen, die in Kunst diese richtig kranken Bilder malen, wo du dir denkst, Jesus Christ, man, das sieht aus wie ein echtes Bild. Also wie mit dem Handy oder mit der Kamera gemacht. Das sind genau die Leute, die auch die ganze Zeit in jedem anderen Fach nebenbei zeichnen. Und ich weiß, dass gerade Kunst, man das Gefühl hat, es hat so viel mit Talent. Boah, der kann einfach zeichnen und die kann einfach gar nicht zeichnen. Ich habe ja auch im Intro gesagt, dass ich nicht zeichnen könnte. Aber das sind eines der dümmsten Sachen, die du machen kannst. Ich kann dir sagen, dass ich nicht zeichnen kann, weil ich zeichnen in meinem Leben nie wieder brauche. Aber wenn du gerade noch Noten auf dein Zeichnen bekommst, dann sag dir auf gar keinen Fall, dass du nicht zeichnen kannst. Sondern fang vielleicht wirklich auch an, nebenbei in Stunden, die vielleicht nicht so interessant sind, einfach nur ein bisschen zu malen. Du wirst besser darin. Ich habe in der Oberstufe, obwohl alle mir gesagt haben, Leo, du kannst überhaupt nicht zeichnen. Und ich konnte auch am Ende noch nicht wirklich gut zeichnen. Habe ich mir aber trotzdem immer gesagt, hey, ich kann zeichnen. Ich versuche das zumindest. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in deinem Kopf hast, ich kann nicht zeichnen. Und dann gibst du dir bei einem Bildschirm gar keine Mühe. Und dann bekommst du vielleicht nur sechs Punkte, obwohl du vielleicht auch acht, neun, zehn Punkte haben könntest. Und das macht halt nun mal auch einen Unterschied. Deswegen übst, gib dir Mühe. Und dann kannst du da auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte rausholen, die du sonst vielleicht hättest liegen lassen. Zweitens, Mitarbeit zählt doppelt. Das tut sich natürlich faktisch nicht. Aber warum ich sage das in Kunst, die Mitarbeit fast doppelt zählt, hat den Grund. Zumindest bei mir war es so, dass die Beteiligung der anderen Schüler in diesem Fach extrem gering war. Weil man sollte irgendwas interpretieren, die Leute hat es abgefuckt, dass es nicht ihre Interpretation war, die sie in das Bild rein interpretiert hätten. Die Lehrer erzählen meistens irgendwie super lange, weil sie so krass in ihrem Fach da drin sind. Aber niemanden, so die wenigsten sind ja eigentlich so kunstbegeistert. Und vielleicht in Geowirtschaft, Chemie, da kann man sich einfach als normaler Mensch einigermaßen dafür begeistern. Aber Kunst, da fehlt vielen einfach auch nur irgendein Anknüpfungspunkt. Und deswegen ist da meist die Beteiligung sehr gering. Das heißt, wenn du dich da besonders hervortust, wirkt die Differenz zwischen dem, wie du mitarbeitest, zu den anderen wesentlich krasser, als wenn du, sagen wir mal, normal mitarbeitest und die anderen auch normal mitarbeiten. Das heißt, bei mir war es so, gerade dadurch, dass zum Beispiel, glaube ich, in Kunst auch sehr verbreitet, dass Kunst entweder in den ersten beiden Stunden ist oder ganz spät am Nachmittag. Das heißt, so an den unbeliebtesten Zeitpunkten des Tages, wo die anderen auch keinen Bock haben, irgendwie mitzumachen. Und ich zum Beispiel habe, ich hatte auch nicht viel Ahnung von Kunst, aber ich habe trotzdem einfach mir gesagt, hey, auch wenn ich keine Ahnung habe, ich sage, die Lehrerin, dadurch, dass fast nie was kommt, war so happy, dass ich überhaupt irgendwas gesagt habe, habe mich drei, viermal in der Stunde gemeldet und habe dadurch einfach schon einen super Eindruck gemacht. Und allein damit kommt es mal schon auf 10, 11, 12 Punkte. Drittens, nicht nach Sinn suchen. Das war nämlich eine der Blockaden, die, glaube ich, sehr viele meiner Mitschüler damals hatten, ist, dass sie sich immer gefragt haben, wo ist denn der Sinn davon? Ja, was juckt mich das denn, was der Künstler sich da vor 300 Jahren damals gedacht hat? Aber genau das ist der Punkt. Kunst in sich ist ja eigentlich erstmal sinnfrei. Es geht ja um den Ausdruck von einer Persönlichkeit oder von einem Thema. Das heißt, es geht ja nicht darum, wie in Wirtschaft oder in Mathe, dass du irgendwas berechnest, sondern es geht ja eben gerade darum, dass es erstmal keinen Sinn hat und man dann sich selbst eben darin ausdrücken kann. Und wenn du aber, wie in vielen anderen Fächern, wo das berechtigt ist, in Kunst weiter nachsuchst, wo ist denn hier der Sinn? Wirst du niemals fündig werden? Und die weiterhin nur demotiviert bleiben, weil du denkst, hä, warum? So, like, what's the point? Das heißt, kick das sofort aus deinem Kopf raus und lass dich vielmehr auf die Interpretation der jeweiligen Künstler ein. Und das geht dann nämlich direkt auch Hand in Hand mit Tipp 4, hinter die Kulissen schauen. Das ist nämlich eine Sache, die ich immer wieder gemacht habe, mir sowohl motivationstechnisch als auch mitarbeitstechnisch extrem viel gebracht habe. Wenn du ein Bild siehst, bist du in den wenigsten Fällen davon sofort mega begeistert. Dann denkst du, okay, bisschen blaue Farbe und irgendwie so ein Gesicht drauf, hätte ich auch hinbekommen können. Vielleicht nicht so schön, aber ich hätte es trotzdem irgendwie hinbekommen. Und das heißt, du wirst im ersten Moment nie bei Kunst sagen, außer du bist einfach so ein Kunstfan, boah, wie geil ist das denn? Denn das Bild selbst hat ja eben wieder keinen Sinn, sondern der Sinn wird dem Bild erst dadurch gegeben, durch die Hintergrundstory. Das heißt, schau unbedingt sozusagen hinter die Kulissen, wie hat dieser Künstler gelebt? Was waren seine Gedanken dabei? Warum hat er dieses Bild gemalt? Was ist die Interpretation davon? Und lass dich da auch drauf ein, also nicht dein eigenes Ego, hä, das sieht gar nicht aus wie ein dreidimensionales Auge, bla bla bla, sondern lass dich drauf ein. Weil in dem Moment, wo dich drauf einlässt und dich wirklich ehrlich zu interessiert, ist nicht, was du gedacht hast, sondern was der Künstler gedacht hat und was er dir vielleicht auch für dein Leben vielleicht sogar mitgeben kann, dann erstens hast du eine viel höhere Motivation, weil du merkst, es geht nicht darum, was du dachtest, es geht darum, was der Künstler dachte. Und vor allem auch, wirst du durch dieses Hintergrundwissen wesentlich bessere Mitarbeit geben können. Sprich, wo deine Mitschüler gerade deswegen, weil sie vielleicht keinen Bock haben, sich dann melden, es ist ein blaues Bild mit einem grünen Auge, sagst du vielleicht, ja, also im ersten Moment erkennt man, denke ich, gar nicht so richtig, worum es gehen soll, aber genau das war auch von, bla, und dann nennst du am besten noch den perfekten französischen Namen des Künstlers, ja, bla 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 bla, hatte sich das auch so gedacht, weil er eben zeigen wollte, dass viele Dinge in der Welt am Anfang nicht so scheinen, ähm, wie sie wirklich sind. Und deswegen hat er ein dreidimensionales Auge durch den grünen Blauton auch so verpackt, dass man im ersten Moment das gar nicht erkennen kann. Bei näherer Betrachtung kann man aber unschwer an dem schwarzen Punkt in der Mitte die Pupille erkennen, bla 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 bla, und wenn du, da musst du auch Spaß haben, ja, wenn du jetzt denkst, Alter, ich will doch nicht wie so ein Idiot da rumreden, genau das muss dir Spaß machen, weil ich hab dann mir, ich hab quasi dadurch, das, was die anderen demotiviert hat, hat mich noch mehr motiviert. Also wirklich, dass du es frei interpretieren konntest, dass kein Sinn darin war und dass es einfach nur darum ging, möglichst viel darüber zu reden. Und wenn du das schaffst, dann schießt deine Mitarbeit, gerade deswegen, weil der Kontrast zu seinen Mitarbeitern, äh, Mitarbeitern, sage ich schon, mit Schülern sehr gering sein wird, wird das nicht nochmal richtig krass pushen, dann kannst du eigentlich schon diese 13, 14, 15 Punkte auch, Bereiche auch wirklich reingehen. Und natürlich abschließend fünftens mit dem Lehrer gutstellen, denn Kunst ist mit Abstand das subjektivste Fach ever. Ja, natürlich ist so eine der Mitarbeit, es gibt Lehrer, die sagen, wenn du nicht die gleiche Interpretation hast wie der Künstler, dann ist es falsch und andere Lehrer sagen, wenn du die Mitarbeit, äh, die, 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 die Interpretation einfach gut machst und logisch erklärst, dann ist das genauso gut wie die originale Interpretation vom Künstler selbst und da ist es einfach so wichtig, dass du den Lehrer verstehst, wie du dem in den Kopf schauen kannst, hast du hier rechts oben ein Video, was du unbedingt anschauen kannst, wie du deinem Lehrer in den Kopf guckst, ähm, und dadurch, dass du das schaffst, verstehst du, wie tickt denn der Lehrer und dich auch mit dem gutstellst, schaffst du das Erste, dass deine Mitarbeit wesentlich besser benotet wird, können wir darüber argumentieren, wenn du darüber argumentieren willst, ob, äh, Noten lehrerabhängig sind, hast du auch hier rechts oben im I noch ein Video dazu und, das heißt, es ist vollkommen klar, dass der Lehrer, dass es subjektiv ist, aber gerade in Kunst noch mal wesentlich krasser und das zählt, dann kann man auch echt nicht anders sagen, auch für die Bilder und wenn der Lehrer einfach schon merkt, hey, du arbeitest immer gut mit, ihr versteht euch gut und dann gibst du dir bei den Bilden wirklich Mühe, das ist halt das Wichtige, du darfst nicht sagen, oh, der mag mich eh, deswegen kann ich auch einen Scheißbild abgeben, sondern ich hab mir immer Mühe gegeben, es war trotzdem kein schönes Bild, aber ich hab mir Mühe gegeben und hab mich gut mit dem Lehrer verstanden und dann hat er, besonders sie war das damals, ähm, auch erkannt und hat mir dann sicherlich auch ein paar Punkte mehr gegeben, als das Bild objektiv eigentlich wert war, aber sie hat einfach gemerkt, ich hab mich angestrengt, hab vielleicht nicht so viel Talent dafür und hat das dann trotzdem geschätzt und das würde ich mir an deiner Stelle auch unbedingt zu Nutze machen, weil so macht es für den Lehrer mehr Spaß, wenn endlich mal jemand sich auch in dem Fach anstrengt, dir macht es mehr Spaß, weil du bessere Noten bekommst und du hast natürlich schlussendlich auch bessere Resultate und kommst durch deinen Traumabiturschnitt. Naja, das wäre schlussendlich der Grund, weswegen wir all das hier tun. In diesem Sinne, denk dran, ich glaub an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.